Mian! Es geht weiter! Mit Las Vegas. Und schon wieder ein Bild von Jones. Ich hasse den Typ! Der muss sterben. Der kranker. Der muss beschreien! Verschuhen und bloß Damen? Was geht uns das an? Klau den kranken Wagen, um Kings Kumpel zu kidnäffen. Och nööööööö! Ja, Klaas! BeSaveess. Die Mediziner haben ihn im Konvoi. Schlimm? Sieht schlecht aus, aber wir haben Seilschiefe in der Stadt. Er fliegt ihn schon wieder zusammen. Glaubt, wer macht's gescheit? Was tun, bloß damit? Was geht uns das an? Ich fahre jetzt rückwärts. Oh no. Ach man, wie soll ich das denn machen, ey? Es sind lauter Sonntagsfahrer und außerdem ist auch noch die Polizei im Hals. Wie soll ich ihm da bitteschön vernünftig rammen? Nee, schon wieder! Junge, fahr einfach. Toll, Polizei abgehängt und ich hab ihn gleichzeitig verloren. Oh man, ich hasse so eine Scheiße. Ich hasse sie wirklich, das könnt ihr mir glauben. So was hasse ich wirklich. Und dann auch die ganze Zeit, selbe Geplapper ein- und ausrühren. Nach 100 Mal hat man uns dann auch begriffen. Dann will man es nicht weiterhören. Kann man das dann nicht irgendwie skippen? Mann. Ist doch echt zum Kotzen. Alter! Kannst du dich mal verpissen! Dummes Arschloch! Endlich mal! Und auch langsam mal Zeit. Bring ihn an einen sicheren Ort. Ja. Unser Versteck. Es ist ein sicherer Ort. Jetzt müsste ich hier mal rauskommen. Geht er, geht er, geht er, geht er, geht er aus dem Weg. Ich muss hier durch. Ich bin ein Krankenwagen, also lasst mich durch. Ich fahre einen Umweg, ich darf das. Ich bin ein Krankenwagen, also lasst mich durch. Und nicht das dumme Gedanken, nicht dazu, dass ihr mich rammt. Ich darf alles. Ich bin ein Krankenwagen. Dann nochmal, ich bin aufgeregt. Ein kleiner Fehler und das war's. Ich meine, der Krankenwagen ist schon ramponiert genug. Ich will nicht noch immer alles von vorne machen. Es war ein richtiges Ärgernis. Und es war mal wieder so. Alles, was ich machen könnte, war für die falsch. Ich wechsle auf die Autobahn, dann gibt es keine Kurven fürs Erste. Ich bin ein Krankenwagen, also tut, was ich euch befehle. Ich bin schon fast da, ich bin ein Krankenwagen, also lasst mich durch. Wenn ihr mir in die Quere kommt, werdet ihr es bitter bereuen. Ich bin ein Krankenwagen, also lasst mich durch. Gut gemacht. Keynes-Leute erledigen das von hier aus. Halleluja. Wenigstens ist das jetzt auch von der Welt geschafft. Dieses Geplapper von Anfang stand mir langsam bis hier. Hätte ich noch einmal diesen Ton von denen und ich hätte echt mein Frühstück ausgekotzt. Interesting. Billiard. Ein Sparte. Und Jones. ja Also wenn Cain so weit vorne liegt, hat das vielleicht irgendetwas mit dir zu tun? Du schmiedest das Eisen besser, solange es heiß ist, hörst du? Lenny hat alles umgeworfen. Je länger der Brasilianer ihn in der Tasche hat, desto mehr hat Cain zu verlieren. Also was genau weiß, Lenny? Das geht hier nicht nur um Lenny. Da laufen noch andere Dinge zwischen Cain und Vasquez. Die gucken sich gegenseitig in die Karten. Woher sollen wir das denn wissen? Wir müssen danach gehen, was wir schwarz auf weiß haben. Geht's jetzt etwa schon wieder in die nächste Stadt? Wie schnell bin ich denn? What the hell? Wie schnell bin ich denn? Überwachung Das sind ja mal wieder frühe Aussichten. Bring Jones zum Flughafen. Wieso soll ich den bitte schön zum Flughafen bringen? Was hätte ich davon? Hä? Was hätte ich, Gott verdammt nochmal davon, wenn ich ihn zum Flughafen fahre? Ich muss ja auch hier weg. Vergesst das nicht. Was schlaget ihr vor? Also erstmal bleiben wir hier auf dieser Straße. Und dann, ja, schauen wir mal, wie wir weiterfahren. Ich glaube, sie haben Jones von Weitem gerochen. Zeiner hat ja selbst gesagt, dass er stinkt. Was ja auch stimmt. Jones, du stinkst. Der Kofferraum sieht nicht sehr hübsch aus. Jetzt fängt er wieder an zu plappern, ne? Oh, ich hasse ihn. Oh Gottchen, ich hasse ihn. Oh Gottchen, ich hasse ihn. Fuck! Oh, geht doch verdammt nochmal aus dem Weg, ey. Pisskopf. Wie soll ich da auch bitteschön rauskommen mal wieder? Oh Gott, ey. Wie ich die Polizei in diesem Game hasse. Pause, dann versuche ich es nochmal. Sehr geil.